passiert nichts passiert nichts das für das andere wo wir bauen müssen kruppelt nach keine ahnung lest doch mal selbst es funktioniert nicht okay das funktioniert nicht das funktioniert nicht ok da war ich mir nicht nur so ein zweites ding dann stelle ich mir eher her oder einen zweiten disk ah da brauche ich so ein ding ich muss eisen herstellen können also da brauche ich viel zu viel eisen das kostet nicht gut wir haben nur noch zwei stacks oder jolo kein jolo nachher stehen kann noch herstellen wie wird das nachher kommen jetzt dann scheiße kannst du mir bitte wetschen zu werfen ich bin gerade unten ich bin gerade abgehauen ich bin auch nicht mehr ok das, 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 das ein paar davon ein davon davon ja, ist noch genug jetzt sind noch da gab es jawoll, leadstone, wie viel haben die denn noch aus? 80 ff? ein, eine redstone was haben wir denn da für, vorne sind leadstone zellen hast du mir gegeben, ne? oder sind das gewesen? leadstone zelle, leadstone zelle, ja leadstone zelle, ja leadstone zelle, dann nehme ich mal die leadstone kabel mach du mal und dann baue ich mir mal da hinten ein kleines REICH auf, was? hm, ist klar, Flash du bist behindert schab da, gube und ich laufe immer noch mit 64 kohle rum aha so, richtig ein Held in der dschungelwelt hier Tschüss Badabam 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 Badadan Badadan Cento Seistum Jetzt nerven mich die Betten eigentlich Ja Pech Ich weiß wo ich mich hin verpisse Ich gehe nach unten hin Wo nach unten hin? Unten runter Aha Weil hier drunter Sind nämlich noch Redstone Dinger Ich weiß Ich glaube man sollte da unten auch eher was bauen Anstatt deine Farmen zu bauen Weiß Sollte man auch Mir bewusst Aber hier kann ich wohl die runter buddeln Ach ja Und ich würde ja gerne das nach unten packen Wäre mir gerne Meines Wünschens nah Dein Arstack bla Ich nehme mich alles hier Ach toll Jetzt habe ich keine Blöcke zum Bauen Warum ist das alles lila hier? War das vorher schon lila? Oder ich bin besoffen? Steine hier? War das vorher alles schon lila? Ja Ach hier ist auch Obsidian in den Dingern drin Du bist einfach nur behindert Naja Klar besteht das aus Obsidian Ist denn da oben im TS drin? Das ist wahrscheinlich WTF Naja Ich komme schon mal nicht mit dem Teele Das ist wahrscheinlich WTF Das ich umbenannt hatte Doch nicht Ach cool Weiß was auch geil ist Ich kann das Teil einfach so stehen lassen Ja Und ob Also die Pumpe und Obsidian spawnen Passiert nichts Die Dinger gehen nicht kaputt Oh nice Komm Ein Obsidian bräuchte ich eh nur Ja Kommt mir gleich mit der Kiste Mit allen um die Ohren So Du bist behindert Oh mir war eine gerade Fläche hier Verkleiden das mal und dann machen wir noch unsere Betten hier Äh Okay ich habe so ein Ding gefunden Mit der Mit zwei goldenen Laster und der Gastrofeer Wo hast du das denn gefunden? Ihr gerade beim Ausgaben hier vorne Auf der Plattform Wie? Da hinten Tu mal die beiden Lassos hier rein Voll versteckt ne? Ja Sind da Minimis drin? Oder was? Ja ich habe zwei Minimis da reingetan Wieder Wo hast du denn die goldenen Lassos? Ah da oben Ich glaube das Ding müsste mal größer gemacht werden ne? Ja ich glaube wir machen auch einen Kindergarten auf Warte mal wenn da einer ist Dann ist bestimmt hier auch einer oder? Wo? Wo? Da? Doch ich bin der Meinung da war auch irgendwas Ich bin der Meinung ich hatte hier letztes mal noch was gesehen gehabt Ja brauchst nicht abbauen Du brauchst ja nur gucken Wo oben steht da hast du keine Blockinformation? Doch ist mir aber gerade egal Ne ich glaube hier ist keiner Ich bin der Meinung da war aber was Irgendwo war hier noch ein Block Wir pflücken noch generell alles auseinander Bitte bauen sie in diesem Spiel nichts ab Was machen wir? Wir bauen alles ab Wir bauen alles ab Ah Ich hab doch keinen Da unten ist das Ding doch Wusste ich doch zuerst das irgendwo war Ist da noch was drin gewesen? Billinger Trophäe Na ja Warte mal da kann ich eigentlich die Gastrophäe wegbringen Will eigentlich mal draufdrücken aber ne Brenne ich nach oder so Und alles wieder provisorisch zugleist an ihr Ja das ist ja nix neues cat Ah Gast Wow Oh nein Ist ein Gast aufgetaucht? Ja Nein das ist die Gast Die hat die ganze Hand geklickt Wollte schon sagen Hallo Hi Ah ich Weißt du jetzt kann ich die Betten eben ewig machen? Ja ne Was hast du gemacht? Auf dem Willen ist der Trophäe rumgeklickt Oh nein Ich hab nen Block abgebaut Oh ne Lzentos Ah du bist schon wieder hochgekommen Was denn? Du hast nen Block runtergefallen Fick dich Bin ich hier dann Bimbo oder was? Halt's mal Ja Aber wir müssen eben in den Betten pennen hier Komm eben her Wieso? Weil ich die Betten abbaue Bis auf den Spasti Ich kann sofort nehmen Der Harald Center ist Nö ich guck nicht Ich guck nicht Ich guck's nicht Ja mach du mal Wir pflücken ja echt die ganze Map auseinander Ja warum baut man denn ne Fläche dafür noch? Hallo? Keine Ahnung Wenn man's ebenerdig hat dann kann man besser bauen Platzverschwendung Also dann kann man mit diesen komischen Dingern auch was bauen Ich hab voll Bock bekommen, weiter mit diesem Alchemie-Kram hier rum zu hantieren. Ich merk's. Ich würde am besten alles herstellen. Ohne nur Strom zu verbrauchen, einfach Kohle erstellen. So einfach, ich lieb es. Übrigens, die Kuh- und Schweine-Quest sollte jetzt auch fertig sein. Ja, ich guck gleich. Ich glaub aber nur Leder und Futter. Ich glaub aber Leder ist gut. Da ist er. Der Hut. Leder kann ich grad gebrauchen. Ja, willst du das andere auch haben? Was? Gib. Hier Leder, nehm mal das Futter bitte auch, das brauch ich nicht, ich hab Melonen. Okay. Ich hab unendlich Melonen. Ich frisst das Fleisch. Dann frisst man das Fleisch. Wir haben zu viele Melonen, sonst stell ich mir noch einen Stack her. Ich muss mich um Eisen kümmern, Eisen herzustellen. Ähm, ja. Vielleicht kann ich die Eisen verschmelzen oder Eisen kaputt machen und krieg Eisenzwech raus. Ja. Und vielleicht aus einem Eimer ein Eisen bekommt, aber das ist gut. Guter Deal. Penis. Ja. Ja. Ja.